Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Zuckermachs und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fortnite. Ja, heute gibt es eine gediegene, schöne Runde von mir. In dieser Runde werde ich ein paar Themen, Sachen ansprechen, aber dazu komme ich gleich, wenn wir erst ins Spiel sind. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich starte, dann legen wir gleich auch schon direkt mit dem Thema los. Bis gleich. So Leute, da sind wir auch schon im Spiel drin. Wir fliegen jetzt nach Arnachie, das ist meine Lieblingsstadt sozusagen. Ist schön groß, gibt es guten Loot manchmal. Aber nur manchmal. Sonst ist eigentlich meine Stadt Shifty, meine Hood natürlich mit Havis. Und ja, ihr seht jetzt ein gediegendes, schönes Let's Play. Ich hoffe schön. Ich hoffe, dass wir nicht direkt verkacken. Eigentlich wollte ich ins Haus hinten landen, aber dazu bin ich zu schwach. Das schaffe ich sogar nicht. So. Beim Spielen will ich auch natürlich die Themen, die ich habe, ansprechen. Erstes Thema ist... Ja Leute, ich hatte ja letztens ein Informationsvideo rausgehauen. Dort habe ich gesagt, dass ich jetzt wieder mehr Videos bringe. Und wie ihr gesehen habt, nach zwei Wochen, das ist jetzt schon zwei Wochen her, habe ich nichts hochgeladen. Ich weiß. Ich bin einfach mega scheiße. Ich hatte einfach keine Lust wieder... ...da drauf, dies, das und jenes. Aber jetzt habe ich mir was überlegt mit Havi gemeinsam, ähm... ...dass wir... ...Fortnite ab sofort aufnehmen. Ja, Fortnite. Ich weiß jetzt nicht, ob noch Minecraft kommt. Ich habe jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr auf Catcon gespielt. Weil ich auch in den Informationsvideo gesagt habe, dass ich wieder drauf spiele. Spiele ich nicht. Ich spiele momentan nur noch Fortnite und ein Modpack von Minecraft. Da bin ich gerade richtig irgendwie süchtig drin, keine Ahnung. Aber das spiele ich einfach nur so, just for fun, weil, ähm... ...ich weiß ja, wenn ich das hochlade, guckt sich das keine Sau an. Ich bin nicht, ähm... ...geil auf, ähm... ...Aufrufe? Nein. Sondern, äh, das ist halt immer... ...unständlich, die ganze Scheiße aufzunehmen, zu schneiden. Und wenn das keine Aufrufe hat, dann soll ich das dann mal halt machen, ne? Vielleicht könnt ihr mich verstehen. Äh, deswegen zocke ich das... ...Lama, alter, WTF, what the fuck? Direkt in meine... Direkt in meine Hut, oder was? Ey. Ich glaube, ich werde... ...fack, alter. So, wo bist du denn? Du kleiner Mann. Ich werde jetzt eh niedergeknüppelt, ich weiß das. Ne, ne, mein froh Sohn. Mein Sohn, genau. Mein Freund, ich geh lieber weg. Ich hol mir nur noch den Bigness Schildnissen mit. Den süffle ich jetzt hier unten drunter. Und dann nehme ich den Kleid wieder mit und dann verziehen wir uns. Denn das... ...gebe ich mir nicht. Denn wir müssen ja auch... Oh, da war noch einer. Egal. Lassen wir ihn für ihn da. Ich werde ja nett sein. Alter, Dreck, Lami, Alter. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Heftig. So, wo war ich stehen geblieben? Äh. Äh, 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 keine Ahnung. Ich fange mal wieder an mit Catcon. Ich habe ja gesagt, dass ich Catcon spiele. Wie der produktiv werden will. Bei Catcon. Das stimmt halt ja nicht. Ich habe ja auch gesagt, gerade eben schon, dass ich Modpack spiele. Genau da war ich stehen geblieben. Äh, äh, und, äh, ein bisschen Fortnite. Jetzt habe ich überlegt, halt, mit Harvey. Es kommen selten Einzelspiele jetzt. Also, Einzelmatches. Nur mit mir. Das kommt selten jetzt. Hoffentlich. Weil, äh, mir macht das nicht so viel Spaß, so alleine hier herum zu... ...spielen und aufzunehmen. Da muss schon Harvey dabei sein. Denn da macht es immer am meisten Spaß. Deswegen habe ich mit Harvey überlegt. Also, Harvey und ich. Nicht immer mich selbst zuerst nennen. Das ist... ...net gut. Ähm, dass wir halt... ...wollen jetzt täglich wirklich Fortnite-Videos raushauen. Gameplays von uns beiden. Ich hoffe, dabei sind mal ein paar Wins. Wir gucken einfach mal, was wir aufnehmen. Also, welche Runden wir hochladen. Wir nehmen, glaube ich, pro Tag ein paar Videos auf. Weil wir ja viel Fortnite zocken im Moment. Und, ähm, dann gucken wir, was da die beste Runde raus ist. Und dann laden wir das hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das schneiden. Muss nochmal mit Harvey mich mit dem bereden. Aber sonst ist eigentlich alles... ...tipi-tipi-toppi. So, der ist auf jeden Fall hinterm Baumchen. Das juckt mich eher weniger. Boah, ich hab dich voll erwischt, Alter. Was los mit dem, Alter? Der hat keine Augenkopf. Der kann nicht treffen. Kommt die Zone denn schon? Ja, die Zone kommt schon. Der muss rennen. Ich hab Trampo. Ah, da hinten ist er doch. Ach, warum lade ich nach, Alter? Das ist doch ein Autosniper. Der hat auf jeden Fall eine Skari, Alter. Die will ich haben. Papa ist geil drauf. Was baut der? Der muss zuerst in die Zone rein. Nicht, dass er mich jetzt erst frägt, Alter. Komm, mach mal Augen. Also noch einen Warnschuss abgeben, Alter. Ich will gerne jetzt in die Zone laufen, aber dann kommt er mir wieder hinterher gehasselt. Wie ein Hund, Alter. Ach, komm. Was soll der Geiz? Rennen wir mal weg. Jetzt ballert der da drauf. Ha! Viel Spaß da noch. Ich lauf mal schön in die Zone, baue mir eine... Oh, shit. Ist da jemand? Den baller ich ab, Liga. Den baller ich richtig ab. Da kenn ich mal gar nix, Leute. Wenn da einer drin ist, den baller ich nieder. Der kommt jetzt eh von hinten genutzt. Das weiß ich schon. Deswegen. Da ist er doch. Der Spacki. Thorzorn, Alter. Du triffst nix, Junge. Hab ich dir ja schon mal gesagt. Nochmal getroffen. Ah, der verreckt. Oh, scheiße. Da muss ich jetzt mal schnell in die Zone. Ist der dead? Der ist dead. Easy peasy. Und ich krieg noch nicht mal den Kill, Alter. Ach, Mann. Egal, Mann. Egal. Hauptsache, er ist down. Wo ist die nächste Zone? Okay, die ist ein bisschen mit mir. Das finde ich schön. Was habe ich eigentlich alles aus den Lama bekommen? Nur Trempe und Feiler. Okay. Ich wollte euch schon mal sagen, ich bin jetzt nicht so der Pro hier in Fortnite. Wir waren ganz am Anfang schlecht, auf jeden Fall. Das muss ich euch sagen. Hab wir nicht. Haben nie RPG-Six geholt. Aber im Moment steigern wir uns, auf jeden Fall. Ich hab jetzt schon insgesamt bei Solo und Doos insgesamt fünf Wins. Das ist nicht viel, ich weiß. Andere haben mehr, aber... Es ist auch nicht einfach, Wins zu holen. Das ist wirklich nicht einfach, Leute. Spielt das selbst mal. Wenn ihr es noch nicht spielt und ihr denkt, oh. Das ist asozial, Scheiße, Alter. Zum Glück hat er nur ein Schild abgehakt, Alter. Und hier liegt noch alles. Holy shit, Digga. Das, Leute. Das war es ja mal wieder komplett. Das hat mich ja richtig getriggert. Oh mein Gott, Digga. Ach, klar. Bei der letzten Sekunde breite ich auf, weil ich sie bewegt hab. Ja, Sigi. Naja, nicht schlimm. Der Nächste, der da reinläuft, ist Appshot. Aber das hat man echt nicht gesehen, Alter. Achso, das ist eine gute Falle, Alter. Naja. Wer so dumm ist, dann guckt nicht drauf. Wie ich. Das ist schon schlimm, Alter. So. Also, wie gesagt. Das Thema ist ja heute. Ja, will ich bringen. Wieder. Videos wollen. Auf jeden Fall Videos hochladen. Ich weiß nicht wann, aber... Ich hoffe jetzt, diese kommende Woche fängt es schon an. Ich will auf jeden Fall wieder mit YouTube weitermachen. Ich krieg langsam die Lust... ...wieder zurück. Weil ich hatte halt immer die Bedenken, was sollte ich aufnehmen? Was soll ich aufnehmen? Was gefällt den Leuten? Und Fortnite bin ich nicht so gut. Ob das welche sehen, ist... Ist aber mir jetzt egal. Ich lade wieder hoch. Ich muss gucken, wie ich Zeit finde und so nach der Arbeit ist das. Aber... ...wird sich auf jeden Fall schon alles... ...regeln. Und... ...ich hoffe, Havi ist dabei. Ich hab schon mal ja, wie gesagt, mit dem angesprochen. ...auf das Thema. Wir fanden es auch okay. Und... ...wir hatten auch wieder vorgehabt... ...Livestreams auf Twitch zu bringen. Hatte ich auch in... ...den Informationsvideo gesagt. Aber hab mich nicht dran gehalten. Und... ...ähm... ...ja... ...jetzt wollten wir das wieder machen halt. Wieder ganz gediegen. Tigger, was bist du denn für eine Sau, Alter? Der Mindkill klaut. Holy shit, Alter. Brück dich, Mann, Alter. So, bohrt ein echter Profi. ...kapper, Klaus. Wow, was, Digga? Baut doch! Dusch. Ach, das war's mal wieder komplett, Leute. Ich hab... ...fass den ebbingen Sieg gehört. Ich hasse Nahkampf, Alter. Ich hasse wirklich Nahkampf, Alter. Das ist wirklich belastend, Alter. Naja, 100 Leben hatte der noch. Schade, schade, schade. Aber ich war mit meinem Thema fertig. Das sollte einfach nur... ...ja, kein Informationsvideo sein. Weil manche haben ja unter den letzten Informationsvideo geschrieben, äh, du machst ja nur ein Informationsvideo. Dies, das und jenes. Ja, ich weiß. Aber das sollte jetzt ein normales Gameplay sein. Mit dem Thema, keine Information. Doch, ist eigentlich schon eine Information, aber nicht direkte Information, sondern ein Gameplay. Leute, nicht vergessen. Na gut. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Wenn ihr Lasten liked, der würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Fortnite-Runde mit Havi wieder. Bis dahin. Ciao mit Vau. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.